Beim Entrepreneurship geht es um Leidenschaft, etwas bewegen wollen, etwas verändern wollen in der Welt. Es muss mit einem selber zu tun haben und es muss natürlich mit dem draußen zu tun haben. Wir leben ökonomisch über unsere Verhältnisse, wir leben ökologisch über unsere Verhältnisse. Wir bauen soziale Spannungen auf, ungleiches Einkommen, ungleiche Vermögensverteilung. Entrepreneurship, wir brauchen das, um etwas von diesem riesigen Berg von Problemen abzubauen. Und Entrepreneurship ist erstmal der Wille und die Anstrengung, etwas zu tun. Es ist nicht Buchhaltung. Buchhaltung ist auch wichtig und alle diese Themen aus der BWL. Aber Entrepreneurship ist mehr wie BWL. Entrepreneurship ist mehr wie Business. Und wir brauchen mehr Entrepreneurship, wir brauchen sehr viel mehr Menschen, die sich öffnen für Entrepreneurship, damit sich etwas bewegt.